Der Kinocast Herzlich Willkommen hier zum neuen Kinocast. Heute mal etwas verkleinerte Runde. Hallo Chris. Hallöchen, lieber Erik. Ja, gute Besserung an Kate, die ist dann beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, liebe Hörer, wenn ihr jetzt die Folge hört, dann wird ja hoffentlich alles geklappt haben. Und unsere Seite ist jetzt schon die zweite Woche in Folge immer noch online nach dem heftigen Debakel da vom Datacenter. Wir haben hier so ein Schild stehen. Tage, seitdem wir online sind. Tage ohne Crash. Tage ohne Crash. Tage ohne Fatalities, ohne tödliche Unfälle. Ja, also ich wollte nur kurz sagen, also wir haben unter der Haube ein bisschen was geschraubt beim Kinocast. Also prinzipiell alles, was ihr normalerweise als Besucher so seht auf der Webseite, das ist alles mehr oder weniger gleich geblieben. Es gibt ein paar neue Menüpunkte, auf die ich vielleicht gerne mal hinweisen möchte. Der eine Menüpunkt heißt ModeratorInnen und Gäste. Wenn ihr da draufklickt auf der Seite, könnt ihr eigentlich alle möglichen Moderatoren und Gäste sehen, die wir mal so hatten und auch gleich die jeweilige Sendung dazu. Ich bin allerdings noch nicht ganz durch, alle 659 Folgen durchzutracken. Also so in der Mitte drin fehlen noch ein paar. Die ersten sind getrackt alle bis, weiß nicht, 100 oder so. Und dann arbeite ich mich von oben nach unten durch und verlinke dann mal alle. Also wenn da noch irgendwas fehlt, keine Panik. Aber gerade so die Sonderfolgen habe ich mal versucht so mit als erstes zu verlinken, wo wir zum Beispiel Chris und ich bei den Lux Studios waren, hier bei den Animationsstudios in Stuttgart und da mit der Andrea Block gesprochen haben. Da kann man jetzt direkt draufklicken oder mit dem Christian Haas von den Lux. Ebenso wo wir den Gottfried Mentor, den Regisseur und Animationsspezialisten, der Oscar nominiert war für den Grüffelow-Kurzfilm und alles mögliche andere. Und auch alle möglichen lieben Gäste, die mal in der Sendung waren, könnt ihr dort relativ einfach finden. Und das wird wie gesagt noch ergänzt, Stück für Stück. Und dann gibt es noch neu das Kinocast Archiv. Das war ja bis jetzt aufgeteilt so in die jeweiligen Jahre. Das ist jetzt eine lange Liste. Also ihr könnt da einfach so durchscrollen. Ist natürlich auch ganz gut durchsuchbar dann, wenn ihr dann auf der Seite seid und einfach mal STRG-F drückt, wenn ihr einen Windows-Rechner habt. Und dann einfach nach irgendeinem Film sucht oder einfach mal zu irgendeiner Folge scrollen, die ihr vielleicht mal hören möchtet. Einfach draufklicken und dann seid ihr sofort bei der Episode. Und genau, das sind so die zwei offensichtlichen Neuerungen von außen. Wie gesagt, unter der Haube hat sich einiges getan. Und dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr irgendwelche Probleme feststellt, irgendwelche Fehler, bitte mal Feedback an mich. Also es wundert mich ehrlich gesagt, dass alles so relativ smooth läuft. Also wir hatten ein paar Themen, die ich zusammen mit dem Matt gelöst habe. Der mir da viel geholfen hat wieder. Aber mich wundert es, dass trotzdem jetzt alles so sauer läuft. Da ist meistens irgendwas im Argen. Irgendwas kann da nicht stimmen irgendwo. Ja, aber gut, genug zur Technik. Ihr wollt was über Filme hören. Und letzte Woche hat es die Kate ja angekündigt, sie hat den Film Yes Day ausgesucht. Auf Netflix gibt es diesen Film zum Schauen. Und Yes Day hat so ein bisschen was wie diese Jim Carrey-Komödie der Ja-Sager. Hier geht es bloß darum, dass ein Paar, gespielt von Jennifer Garner und Edgar Ramirez, die, ja, die waren früher immer sehr flippig, haben immer alles Mögliche gemacht von, weiß nicht, Bungee-Springen bis sonst was. Also die, die haben nichts ausgelassen und irgendwann haben sie dann halt geheiratet, haben Kinder bekommen und das Leben hat sie dann so ein bisschen eingeholt und irgendwann werden die Kinder natürlich auch größer und man muss dann halt doch das eine oder andere Mal Nein sagen. Ich kenne das ja, ne, fass nicht in die Steckdose, nein. Genau, ähm, genau, nein, du kannst da nicht drunter springen, dein Cape lässt dich nicht fliegen. Nein, mit einem Bindfaden kannst du dich nicht so schwingen wie Spider-Man und so weiter und so fort, ja. Nein, es gibt keinen nur ein bisschen schwanger, Entschuldigung. Okay, das kommt dann später, ja, aber jedenfalls, ja, da kommen sie dann halt auch so rein und irgendwann sagen halt oder bekommen sie halt bei einem Elternabend ein Video gezeigt, was da gemacht wurde von, ich glaube, der ältesten Tochter oder so oder von dem Sohn, weiß gar nicht mehr, wo sie halt so ziemlich als Diktatorin dargestellt wird, die Mutter, also Jennifer Garner. Also, das ist ein Video vom Sohn und das Haiku ist von der Tochter von der Großen. Ach, sowas gewesen, ja. Ja, wo sie dann halt selber auch so ein bisschen erkennen, Mensch, ey, wir haben uns ja völlig geändert, wir waren ja mal ganz anders und dann schlägt so ein dubioser, ich weiß nicht, so ein Lehrer, der sich in der Küche rumtreibt, der irgendwie so von Sport über sonst was alles machen muss, da irgendwie so wegen Budgetkürzungen und von dem bekommen sie dann doch mal vorgeschlagen einen sogenannten Yes-Day zu machen mit ein paar Regeln. Das heißt, eine Regel ist, die, also an dem Tag dürfen die Eltern nur Ja sagen zu allen Vorschlägen, die die Kinder machen, die einschränkend sind, aber sie dürfen sich jetzt nichts wünschen, was in der Zukunft liegt, also was weiß ich, wir wollen nächstes Jahr nach sonst wo nach Hawaii fliegen oder so. Wir wollen einen Hund. Oder ja, irgendwas Langfristiges, genau. Das geht halt nicht, sondern es muss an dem Tag irgendwie machbar sein und die Eltern müssen halt immer Ja sagen und die Kinder stellen dann auch relativ schnell an diesem Tag dann ihre Regeln auf, also sie setzen das halt dann irgendwann um, sie sagen, okay, Ende des Monats ist dieser Yes-Day, wird im Kalender eingetragen, die Kinder bereiten sich vor, die Erwachsenen bereiten sich schon so ein bisschen vor und als es dann an dem Morgen losgeht, sind dann doch die Eltern relativ unvorbereitet gefühlt, also irgendwie, da ist doch noch einiges auf Arbeit zu klären und sonst was und sie bekommen aber relativ schnell die Handys weggenommen, weil sie sollen an dem Tag halt nichts benutzen, was ein Bildschirm hat und ja, die Kinder haben dann einiges geplant, so fünf Hauptelemente des Tages. Es beginnt dann mit so einer Sache, dass sie sofort los müssen im Schlafanzug, werden noch irgendwie wild geschminkt und müssen halt irgendwo mitfahren und erleben dann halt verschiedene Sachen und bis hin zu irgendwelchen Art Gottscha-Spielen, aber wo man nicht Gottscha spielt, sondern irgendwie so eine Art, so eine Mischung aus Capture the Flag und irgendwas mit Gottscha, aber mit Limonade und ja, Limonaden-Ballons und ach, alles Mögliche. Und letzten Endes, wie es halt immer in solchen Filmen ist, es sollen ja dann alle irgendwie so eine Lernkurve haben. Der Film, der meint es ja auch irgendwie gut, also die Eltern erkennen so, ja, vielleicht müssen wir da doch ein bisschen mehr auf die Kinder zugehen und ein bisschen mehr und die Kinder erkennen halt auch, dass sie doch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen müssen und dass die Eltern doch nicht so doof sind und ja, relativ seichtes Fahrwasser, was ganz cool begann, so als Gedankenspiel, auch mit guten Darstellern, auch ein bisschen die Nebenrollen eigentlich, coole Darsteller, also auch dieser Polizist und so, vielleicht kannst du dich erinnern, ne? Ja, ja, aber ja. Ja, und letzten Endes, die Tochter, die will eigentlich auch auf irgendein Konzert und hat dann mit ihrer Mutter gewettet, wenn sie das nicht durchhält diesen Tag, also wenn sie doch mal Nein sagt zu irgendwas, dann darf die Tochter mit ihrer Freundin auf dieses Konzert und wenn sie verliert, dann darf die Mutter mit auf dieses Konzert und ja, da ist dann dieser Film, da gipfelt dann so ein bisschen der Film, weil da passiert dann, da laufen dann so die Fäden zusammen und parallel gibt es noch zu Hause dann eine Party, was der Junge organisiert hatte, das war sein fünfter Punkt und ich weiß auch nicht so recht, also man hätte da durchaus mehr draus machen können. Das war so ein typischer, ein ganz, ganz typischer Flugzeugfilm, finde ich. Wirklich so ein ganz seichtes Ding, was mit Sicherheit, also wenn die jetzt hier, wenn Fliegen noch so großartig en vogue wäre mit Urlaubsflieger, das wäre ganz, das wäre so ein typischer Urlaubsfilm, der so auf der ersten Seite von diesem Bordinformationssystem wäre, so zum Gucken, weil tut keinem weh, beleidigt niemand, ist so ganz seicht, mit so ein bisschen Moral drin und so. Ja, das, es hat, ich muss, ich muss kurz nach den richtigen Worten noch mehr überlegen, weil ich finde, der Film fängt eigentlich relativ charmant an. Also es gab am Anfang wirklich schon so zwei, drei Szenen, wo ich echt schon am Kichern war und gedacht habe, okay, könnte sich in eine ganz coole Richtung entwickeln. Also, ja, weil es irgendwie ganz, irgendwie hat es am Anfang so gepasst, so ein bisschen. Aber was dann passiert, ist so ein absoluter 0815-Dinger, wo du, wo sie einfach die Schablone angelegt haben für diese Familienfilme, wie du es gesagt hast, mit der Lernkurve. Und die Kids stellen dann fest, oh, wir müssen auch mal Verantwortung überlegen. Oh, ich muss mal Nein sagen. Oh, oh, die Eltern haben einen Rollen- und Perspektivwechsel. Oh, und ich habe irgendwann gedacht so, boah, ich bin mal zwischenzeitlich an dem Film mal kurz an den PC gegangen und habe in Tarkov ein bisschen Hideout-Manager gemacht, habe da mein Zeug wieder eingestellt, habe dann fünf Minuten verpasst, aber nicht wirklich und konnte dann die nächsten Szenen schon wieder vorhersagen. Und das fand ich ein bisschen schade. Also, ich denke, man hätte aus der Chemie, die Jennifer Garner und Edgar Ramirez hatten, die fand ich nämlich ganz cool in ihren Rollen, da hätte man durchaus mehr rausholen können, dass die Kids ja jetzt nicht super nervig waren. Also, die drei Kinder, die Katie, Nando und Ellie, also Jenna Ortega als Katie, Julian Lerner als Nando und Everly Carganila. Ich fand die Kinder jetzt nicht besonders nervig, aber, also ich glaube, die Everly Carganila, Carganila, ich glaube, die sehen wir nochmal, weil die hat so ein bisschen einen bösen Blick. Entschuldigung. Kommt. Ja, insgesamt ist es ein Film, ja, man hat ihn jetzt gesehen, mein Leben wäre nicht anders zu laufen, glaube ich, wenn ich ihn nicht gesehen hätte. Er ist teilweise gespickt mit Fehlern, mit Logikfehlern auch, mit Kleinigkeiten, die einfach unstimmig sind. Und ja, es war halt, wir machen jetzt einen lustigen Familienfilm, 24 Stunden, was ist, wenn die Eltern nur Ja sagen dürfen? Ja. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Also, hat mir auch dann nicht mehr so gefallen. Also, am Anfang war es irgendwie ganz cool, man dachte, interessant, mal gucken, in welche Richtung das geht. Also, es hätte, hätte ja wirklich cool werden können. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, der Autor des Ganzen ist auch der, der zum Beispiel Office Christmas Party gemacht hat, was ja ziemlich oben drüber war teilweise und der abgespickt mit üblen Sachen. Das war halt hier nicht, außer dass halt sehr oft irgendwie, ich weiß nicht, ja, gekotzt, gepupst oder sonst was da, irgendwas Seltsames passiert ist. Ja, oder absolut Gewalt, weil ich verteidige jetzt die Ehre meiner Kinder, weil ich möchte jetzt unbedingt diesen Riesenbären für meine 17-jährige Tochter haben. Hm. Ja. Hm. Und dafür die Bananen werfen, naja. Ja, ach so. Das, hm, was ich ganz nett fand, waren so ein paar filmische Anspielungen an, an andere, an halt Filme, so Filmzitate, Referenzen und sowas. Das war irgendwie ganz nett. Da waren halt auch so Sachen, wo sich Jennifer Garner irgendwie so ein bisschen in ihrer eigenen Filmkarriere, wo du immer mal so ein paar Sachen wiedererkennst, aber, naja, das hat halt bei Weitem nicht ausgereicht, damit das irgendwie halbwegs, nennenswert über das Mittelmaß herausgehoben hätte den Film, aber ich glaube fast, so einen Film hätten wir durchaus auch in der Sneak mal bekommen können. Das ist so ein typischer Sneak-Film auch. Ja, das denke ich auch. Kein, kein Top-Film, kein, ja, kein irgendwie, ja, wo du denkst, ja, wow, hier, was weiß ich, neue Produktion von XY, sondern, ja, so ein seichtes Ding hier. Ja, tja, ja, tja. Viel mehr kann man da auch nicht irgendwie, nee, viel mehr gibt es echt nichts zu zu sagen, also, wenn man wirklich eine seichte kleine Unterhaltung für einen Abend nochmal haben möchte, kann man sich den anschauen, nebenher einschlafen, ist auch nicht schlimm. Also außerdem, wie war das, The Irishman, gab es jetzt irgendwie keinen Film, der jetzt wirklich nur auf Netflix gestartet ist, der mich jetzt so richtig stark begeistert hat, fand ich. Also es sind alles so, ja, so ein bisschen Mittelmaß, so ganz okay, aber da war jetzt noch keiner so richtig dabei, wo man denkt, oh, wow, die Filme, ja, Serien ist wieder etwas ganz anderes, aber bei Filmen ist das wieder so ein ganz typischer Netflix. Film, hm. Ah ja, gut, also von mir fünf Punkte, wobei ich auch schon, ich war eigentlich schon ein bisschen niedriger von Punkten her, aber ich dachte, na gut, der tut eigentlich keinem weh und das ist ganz so schlimm war doch nicht. Der tut keinem weh. Ganz so schlimm war doch nicht, habe ich mir dann gedacht und naja, das war auch wie ich schon mal hatte. Nee, deswegen, also ich bin genau auch bei diesen fünf Punkten, weil es tut keinem weh und das war es dann auch. Was schauen wir denn nächste Woche oder jetzt in der kommenden Woche? Nächste Woche, der Tipp war ja das Alien von nebenan und wenn ich das richtig interpretiere, schauen wir dann Captive State auf Netflix. Das ist richtig. Vom Regisseur Rupert Wyatt, der den Film Planet der Affen Prevolution gemacht hat. Prevolution. Prevolution. Und da geht es darum, dass zehn Jahre nach einer außerordnischen Invasion die Lage sich in Amerika immer noch nicht so richtig beruhigt hat und die Aliens sind halt als Besatzer dort gelandet und zwischen den Menschen und den Besatzern ist ein ständiger Konflikt und ja, da gibt es halt dann, die Aliens jagen halt dann die Kollaborateure und nee, die quasi die Kritiker des Ganzen und so weiter und ja, John Goodman spielt zum Polizisten und gibt es eine Rebellengruppe, die wir da begleiten im Film. Das sah irgendwie ganz interessant aus. Schauen wir mal. Aber wahrscheinlich wird es wieder auch so Netflix-mäßig so gerade mal so Durchschnitt sein. Achso, Vera Famiga ist auch mit dabei. Schauen wir mal. Und der Tipp für die folgende Woche dann? Tipp für die nächste Woche wäre dann ein Film von Kino und Demand. Das darf man schon mal sagen, ne? Mhm. Und der Tipp ist nicht das Schlechteste. Bin ich mal gespannt. Mal schauen. Gucken wir aber erst mal die Aliens an. Ja. Dann, gesehene Filme. Ein Kino. Da haben wir tatsächlich schon eine Frage gekriegt auf auf Twitter war es, glaube ich, oder weiß gar nicht. Irgendwo kam eine Frage rein. Ich glaube, es war Twitter, ja. Ich könnte es jetzt noch raussuchen, wer es war. Da kam die Frage so, ey, was ist mit dem Film? Habt ihr den irgendwie ausgelassen? Oder wollt ihr den noch gucken? Oder was ist damit? Und da habe ich dann geschrieben, nein, der ist für die nächste Folge dann geplant. Ach genau, der Frank S. Ich will mal den Nachnamen, obwohl er nennt ihn ja selbst auf Twitter. Also Frank Stohl heißt er auf Twitter. Ad Frank Stohl hat gefragt, schon die offizielle, inoffizielle Auskopplung von Big Lebowski gesehen. Jesus Rolls gibt es endlich. Und da habe ich ihm geantwortet, ja, das haben wir jetzt für nächste Folge geplant. Wir haben da nämlich eine Rezensionsdisk zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich lese mal ganz kurz hier den, vor, was hier so auf der Pressemitteilung steht. The Big Lebowski 2, alias Jesus Rolls, ist die Kultfilm-Fortsetzung von und mit John Turturro. Grandioses Star-Ensemble inklusive John Turturro, Bobby Cannavale, Audrey Tattoo, Susan Sarandon, John Hamm und Christopher Walken. Filmstarts hat geschrieben, John Turturros Gastspiel als schmieriger Bowlingbahn-Konkurrent des von Jeff Bridges gespielten Dude in The Big Lebowski zählt zu den allerbesten Segmenten eines nahezu perfekten Films. His Dudeness, El Duderino. Ja, seine Dudeheit. Wobei natürlich Filmstarts eigentlich ja nur beschreibt, was seine Rolle war bei Big Lebowski. Die beschreiben ja gar nicht, worum es jetzt in dem neuen Film geht oder was er da macht. Und, ja, Inhalt, ein düster, komischer, grenzüberschreitender Roadtrip durch die ländlichen Gegenden New Yorks und so weiter. Also, ich lese mal jetzt, das ist nicht alles vor. Auf jeden Fall der John Turturro, die Rolle, also Jesus kommt aus dem Knast und muss sich erst mal draußen wieder zurechtfinden. Er kommt zusammen mit Bobby Cannavale raus, aus dem Knast und... Nee, der ist schon draußen, der holt ihn ab. Ach, der holt ihn ab, sowas, ja. Die sind zumindest dann sofort unterwegs miteinander und schauen dann mal so nach dem Rechten, was da so abgeht. Und sie treffen dann relativ schnell. Auf Ordre Tattoo hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hab sie dann irgendwie gedacht, ist die das? Was macht die da in dem amerikanischen Film und so? Und hab dann doch mal geschaut, dann war sie es. Ich hab den Zettel hier nicht parat gehabt. Ja, und die nehmen sie dann mit auf ihren Roadtrip. Also, sie ist so ein, in Anführungszeichen, leichtes Mädchen, eine Prostituierte. Und... Sie ist Friseuse. Steht den beiden aber zur Verfügung. Hä? Aber die macht doch mit den beiden ständig rum, da. Nicht? Aber sie ist Friseuse. Ja? Na gut, vielleicht nur vordergründig, aber... Und da in dem Laden, wo sie Friseuse ist, ist es auch Jon Hamm irgendwie und mit dem ist sie zusammen. Aber sie geht dann irgendwie mit den anderen zwei mit und die klauen dann auch dem sein Auto von Jon Hamm und sind dann damit unterwegs und besuchen dann so ein paar alte Stationen ihres Lebens und irgendwelche Orte. Und letzten Endes ist es eigentlich nur ein Roadtrip. Es gibt eigentlich kaum irgendwie ein... Ja, eine größere Story dahinter, sondern man fährt einfach irgendwie von A nach B, nach C, nach D und trifft immer mal Leute, unterhält sich mit denen. Und das Ganze plätschert es so dahin und irgendwann holen sie auch noch Susan Sarandon aus dem Knast und da ist dann mal so was wie ein bisschen Story da. Und das ist aber auch relativ schnell wieder vorbei und irgendwie ist dann der Film zu Ende und man denkt sich, ja, was habe ich jetzt hier eigentlich gemacht die ganze Zeit? Also das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass Audrey Tattoo blank gezogen hat. Das fand ich sehr nett. Die Amelie, fabelhafte Welt der Amelie, habe ich mich auch gewundert, dass sie das macht hier für den Film. War ein bisschen überraschend, aber es war so ziemlich das Einzige, was ich mir von dem Film so richtig gemerkt habe. Aber ansonsten, also ich weiß nicht, was ich zu dem Film noch sagen soll. Nicht so viel, weil... Okay, dir geht es genauso, das merke ich da. Ja, mir geht es da extrem genauso, weil ich sage es mal so, ich war im Vorfeld schon so, okay, ein Spin-off von The Big Lebowski, was für mich einer der großartigsten Firmen aller Zeiten ist, immer noch, den ich damals tatsächlich im Uferpalast noch gesehen habe, in Stuttgart. Und ich war interessiert, sagen wir es so, weil, ja, Jesus, Jesus, wie er in der Deutschen einfach nur heißt, Jesus, da er ja auch eine ganz witzige und krasse Rolle hatte, es war, ja, ein Stück weit wirklich enttäuschend dann, weil der Film völlig belanglos vor sich hin plätschert, wie ich finde, und nicht auch nur annähernd an den Charme, an den Witz, an das Meisterwerk The Big Lebowski heranreicht und das sehr, sehr schade ist eigentlich. Und, ja, manchmal ist es so, wenn du keine Geschichte zu erzählen hast, aber trotzdem einen Film machst, dann kommt halt sowas bei rum. Der hat ja nichts, der Film. Also, der, ich meine, wurde der überhaupt mal gebowlt? Ich habe ja meine ganze Zeit darauf gewartet, dass mal gebowlt wird irgendwie. Da wird ja immer drauf rumgeritten, so, ja, er ist derjenige, der hier, und der hat ja auch im Knast irgendwelche Meisterschaften gewonnen im Bowling, deswegen, und dann auch die Namen, mit denen hier auf Zuschauerfang gegangen wird, hier mit Jon Hamm, den man irgendwie mal, weiß nicht, eine Minute Screentime, Christoph Worgan, 30 Sekunden Screentime, Ja. Okay, Susan Duran hat ein bisschen mehr, aber, ey, was soll denn das? Also, das ist ja, puh, also, der hat ja nichts von Big Lebowski, aber gar nichts, außer dieser einen Figur. Ja. Und den hier damit zu bewerben, hey, das ist Big Lebowski 2, das ist schon mehr als frech, finde ich. Absolut, ja. Also, das ist wirklich absolut frech in dem Fall, weil, kommt nicht wirklich, also, ich sag ja, kommt nicht annähernd ran. Der hat ja auch noch nicht mal diesen, man hätte ja auch den, den abgefahrenen Humor ruhig mal noch irgendwie transportieren können, aber, ich mein, ja, Ressus und hier, Bobby Carnavale, wie hieß er, ähm, also, Piti, Piti heißt er. Ja. Dann gab's hier so viele, ja, also, ich mein, also, da gab's unheimlich viele Sex-Szenen in dem Film und, ähm, auch viele so, ja, so homoerotische Szenen mit den zwei Männern, die da irgendwie so halbnackt im Bett liegen und, irgendwie ganz, ganz seltsamer Film, das ist mir ja wurscht, also, das ist mir scheißegal. aber, das hat ja mit der Story irgendwie überhaupt nichts zu tun gehabt, ne? Ja, das ist halt schade. Und. Aber, ja, also, ich denke, mehr gibt's zu den Filmen auch recht gar nicht zu sagen, weil, ganz viele verschenkte Chancen auch hier mal wieder und, mir fällt gerade die eigentliche Story ein. Ich weiß jetzt, worum es geht in dem Film. Jetzt kommt's. Dass Audrey Tattoo keinen Orgasmus bekommen konnte. Ja, stimmt. Das war, glaube ich, der einzige. Stimmt. Stimmt. Die sammeln sie ja auch. Sie wollten hier denn den Orgasmus, ja, genau. Und dann darf jeder mal ran und sie merkt nichts und, äh, also, ey, ein absurder Film. Also, wirklich, vor allem von dem hätte ich mir echt, nicht mehr erhofft, weil wir hatten schon viele Rezensionsdiscs hier, wo ich gedacht hätte, um Himmels Willen, was erwartet mich da, die aber dann doch irgendwie halbwegs okay waren, aber der war einfach nur, äh, nervig, belanglos und, ja, also, der ist ja schon. Wobei ich aber, aber John Torturo ja eigentlich mag. Also, ich finde den gar nicht so schlecht, den Kerl. Ja, der spielt gut und der hat auch einen guten Film mitgespielt und so, aber das ist keiner davon. Ja, das ist keiner davon. Vielleicht hat er ja auch jemand einfach mal ein Drehbuch schreiben lassen müssen, was ein bisschen mehr Zug hat, was eine richtige Story hat und nicht einfach so ein, so ein Roadtrip. Und wenn er so einen Roadtrip macht, dann, äh, muss es wenigstens irgendwie humorvoll sein und nicht einfach nur so, ja, dahin wabern und irgendwo von A nach B nach C fahren und, also, es war irgendwie, ich kann mit dem Film nichts anfangen. Ich weiß nicht, warum uns jetzt hier der, äh, hier auf Twitter gefragt hatte. Wahrscheinlich beleidigen wir jetzt gerade seinen Lieblingsfilm hier, der Frank Stohl. Ah, ich hoffe, aber, dann ist das so. Ja, vielleicht kann er mal schreiben, was so der, was da so gut ist dran. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen oder irgendwas nicht bedacht oder irgendwas ist uns nicht aufgefallen. Ich habe dann auch, wo die Schriften begonnen haben, habe ich ausgemacht, weil vielleicht kommt da noch eine Riesen-Cutscene oder so, die alles rausreißt, die alles erklärt. Ich weiß nicht. nein. Also, von mir, ich war da auch schon niedriger bei der Wertung, weil ich mich sehr geärgert habe über den Film und mit nochmal ein bisschen drüber schlafen habe ich 3,5 gegeben. Ja, ich bin dann, eigentlich 3,5 passt eher noch besser wie die 4, die ich habe. Mach mal auch bei mir 3,5 draus. Du bist ja völlig auf einer Wellenlänge heute. Ja, heute sind wir ziemlich auf einer Wellenlänge. Das ist ein bisschen erschreckend, aber es ist einfach, nee, es war einfach zu wenig. Es war einfach, ich, in dem Fall ist der Film noch nicht mal an den, vielleicht insgeheimen hohen Erwartungen gescheitert, sondern er ist einfach an sich selber gescheitert. Jesus Rolls, also von uns nur sehr, sehr, sehr bedingt empfehlenswert, wenn überhaupt, also eher nicht empfehlenswert. Kommt auf den Zustand, in dem man sich gerade befindet. Genau, aber wer Orte Tattoo, das wird auf jeden Fall hier bei, da gibt es ja diese Webseite, die immer die Nacktszenen von Darstellern trackt oder so. Was, da gibt es eine Webseite? Hör mal, hör mal, klar, das ist hier meine Startseite jeden Tag. Genau, sie wird es auf jeden Fall tracken, also wer hier die fabelhafte Welt von der Amelie, die Orte Tattoo mal sehen möchte, kann da mal reinschauen. Oh, shit, ich bin hier auf den Knopf gekommen. Du gehst einfach direkt durch. Von lauter Aufregung hier vor Orte Tattoo. Nein, ich wollte eigentlich in die Serien, in den Serienbereich gehen. Serien. Und bevor wir die, die neue Folge von Falcon and Winter Soldier besprechen, zu der wir da noch einen kleinen Spoiler, Warnung reinhauen werden, würde ich ganz gerne mal die Serie High Fidelity, vorstellen, die es neu auf Disney Plus gibt. Und die ist eine von den Hausaufgaben, die wir machen müssen, für Fortsetzung folgt. Deswegen habe ich da reingeschaut. Und ich mag ja sehr das Buch von Nick Hornby, High Fidelity. Und ich liebe auch den Film mit John Cusack, obwohl der anders ist als das Buch. Das, ich weiß nicht, kennst du beides oder nur eins oder gar nichts? Das sagt mir jetzt spontan überhaupt gar nichts gerade. Aber Nick Hornby, kennst du doch, der hat auch Fever Pitch zum Beispiel. Ja, ne, kaum bekenn ich. Oh mein, lass mich mal gerade. Also im Buch geht es darum, dass ein Mann gerade von seiner, eine Trennung von seiner Freundin erlebt. Doch, natürlich. High Fidelity John Cusack. Und dann seine Top 5 Trennungen und er beschließt. Und Jack Black ist auch dabei. Ja, das ist der Film. Das ist der Film, genau. Im Buch. Genau, genau, genau. Das Buch ist ja ein bisschen anders. Auf seine Weise gut. Und ich hatte damals das Buch gelesen und dann kam, da war ich total begeistert, dann kam der Film und da habe ich schon gedacht, oh, der Film, und der Film war auch saugut. Also einer meiner Lieblingsfilme. Absolute Lieblingsfilme. So gut gespielt. Und jetzt kommt ja die Serie. Ist ganz neu auf Disney+. Und die hatte man hier aufgetragen als Hausaufgabe. Und da dachte ich schon, naja, mal gucken, wie sie das so hinbekommen haben. Weil aus dem Stoff kann man ja viel machen. Also so Heartbreak-Geschichten und sowas. Trennung gibt es ja immer. Das ist jetzt quasi eine zeitlose Geschichte. Das gab es ja seit den frühesten Dramen irgendwo. Was weiß ich, der Antike bis, ja, das ist ja immer machbar. Und wie man dann sich so schön in seinem Selbstmitleid suhlt und irgendwie versucht Gründe zu finden, die nicht da sind und alles mögliche. Jeder kennt das vielleicht. Also jeder hat das schon mal irgendwie vielleicht durchgelebt. Kann man ja viel draus machen. Und in der Serie spielt jetzt kein Mann mehr die Hauptrolle, was für mich jetzt kein Problem ist. Also ich habe kein Problem damit, dass die Rolle jetzt auf eine Frau übertragen wurde. Zoe Kravitz spielt die Hauptrolle. Was ein extrem cooles, Casting ist. Extrem coole Wahl. Und sie heißt auch Rob, genau wie bei High Fidelity. Bloß, dass eben hier nicht Rob als Rob ist, sondern als Robin eigentlich, eine Abkürzung. Aber zumindest der Name ist geblieben. Und es ist auch sehr viel mit Top-Five-Listen. Sie ist auch Inhaberin in einem Plattenladen. Oder ihr gehört einem Plattenladen, sagen wir es so. Sie hat sich auch gerade von ihrem Freund getrennt und lässt so ihre Beziehung auch mal Revue passieren, ihre Top-Five-Breakups. Und da ist sogar als kleine Anpassung an die moderne Zeit ist auch eine Beziehung mit einer Frau dabei. Also wirklich, da ist alles wirklich ganz locker. Und in der Serie ist es auch so, was weiß ich, da gibt es auch männliche Paare, weibliche Paare, sonst was alles. Also da ist alles irgendwie dabei. Das ist wirklich angepasst an die moderne Zeit. Da geht es auch ein bisschen um das Thema Instagram und Influencer und sonst was alles und Top-Five-Listen. Es sind zum Glück nicht nur moderne Sachen drin von irgendwie modernen Künstlern, sondern auch sehr viel, ja quasi die im Original High-Fidelity-Buch oder in dem Film oder so drin waren, so alte Songs gemischt mit neuen Songs. Also richtig musikmäßig absolut top. Hat mir richtig gut gefallen die Musikauswahl. Aber ich hasse diese Serie. Ich finde sie einfach ganz, ganz schlimm. Weil es es funktioniert auf so vielen Ebenen einfach nicht, das so zu transportieren in diese Welt. Und ich habe auch schon ein bisschen weitergegangen. Also es ist nicht so, dass ich eine Folge geguckt habe und abgebrochen habe. Ich dachte mir, naja, die erste Folge, manchmal wird man nicht so richtig warm. Ich gebe mal noch ein bisschen mehr Chancen. Ich dachte, vielleicht kriegen sie irgendwie noch die Kurve. Aber die Charaktere funktionieren nicht. Das, was das Buch High-Fidelity ausgemacht hat, die Freunde von ihm damals im Buch, die dann auch diversen Einfluss auf ihn hatten. Diese ganzen Beziehungen, die er hatte, die er nochmal Revue passieren lässt, die er trifft. Genauso wie im Film auch. Du hast als erstes Jack Black genannt, der mit im Plattenladen arbeitet. die Jack Black Rolle gibt es hier auch. Und gespielt von einer Frau, einer dunkelhäutigen Frau. Und das Problem ist, dass sie nicht sich selbst spielt, sondern sie spielt Jack Black. Also sie agiert genauso wie Jack Black in High-Fidelity in dem Film. Und das funktioniert halt auf so vielen Ebenen einfach nicht. Genauso wie der zweite Typ, der im Plattenladen arbeitet, der in dem Film High-Fidelity auch von dem eingespielt wurde, hier, der mit der Klatze, ich kann gar nicht, der ein bisschen aussieht wie Moby. Und der spielt genau die Rolle von dem Typen aus High-Fidelity aus dem Film. Und das funktioniert halt nicht. Zoe Kravitz hat so ein bisschen ihre eigene Stimmung gefunden, aber sie ist auch total gefangen darin, immer so Sachen zu äußern, die in dem High-Fidelity-Film John Cusick geäußert hat. Und das passt halt dann nicht. Du merkst, das sind nicht ihre Worte, die sie jetzt gerade spricht. Und das funktioniert auf so vielen Ebenen nicht. Und ich finde das einfach, das ist so ein Trainwreck, diese Serie. Wie man das so massiv gegen die Wand fahren konnte, das verstehe ich einfach nicht. Weil der Film High-Fidelity mit John Cusick, der ist nun wirklich einige Jahre her. Und man hat aus dem Buch ja damals diesen Film gemacht, hat er auch einiges verändert. Warum hat man nicht jetzt das Buch zugrunde gelegt und gesagt, okay, man macht jetzt mal eine neue Serie und ja, passt mal die Charaktere auch mal an und man lässt die Leute einfach mal so spielen, wie sie sind. Deswegen habe ich auch tatsächlich wirklich noch einige Folgen geschaut gehabt, weil ich dachte, naja, vielleicht finden die noch irgendwann zu ihrer Figur, zu ihrer Rolle, aber nein, sie spielen immer genau die Personen, die es im Film gab, halt hier selber noch mal wieder und das funktioniert einfach nicht. Und das hat mich total geärgert. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Also ich bin da echt gespannt. Vielleicht hat es irgendjemand anderes auch noch geschaut, von den geschätzten Hörerinnen und Hörern. Vielleicht kann mir da mal jemand irgendwie noch vielleicht ein paar gute Aspekte nennen oder irgendwas oder vielleicht sehe ich das total falsch oder vielleicht stimmt er mir total zu, kann auch sein, weil wir nehmen bald Fortsetzung folgt auf und dann muss ich meine vorherrende Meinung wahrscheinlich gegen die anderen verteidigen, die es gut finden. Also vielleicht revidiere ich das auch bis dahin nochmal, weil ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weitergucken, weil diese, ja das mit den Platten und der Musik ist natürlich gut, dass es von Apple produziert ist, die ganze Serie. Äh, nee, Disney Plus und die haben natürlich Möglichkeiten da, was Tantiemen angeht und so weiter, auf ein ganz anderes, in ein ganz anderes Regal zu greifen, als wenn das jetzt irgendeine kleine, was weiß ich, eine kleine Produktion von einem kleinen Studio gewesen wäre, sondern du hast halt wirklich ständig läuft irgendwo Musik und die ist einfach teilweise ziemlich gut und deswegen mag ich es eigentlich ein bisschen, aber die Serie an sich, also puh, mit dem Label High Fidelity, oh, ganz furchtbar, ich hasse das. Vielleicht dreht sich's aber doch, mal gucken. Okay, was hast du denn mitgebracht? Ähm, ich hab mitgebracht Mighty Ducks Game Changers. Hab ich mir gedacht, dass du das guckst. Gibt's ja jetzt neue. Das ist ein absolutes Muss und das war jetzt die erste Folge da. Äh, Lauren Graham spielt mit in einer Hauptrolle, ähm, die kennt man ja aus Gilmore Girls, die Lorelei Gilmore und hat allerdings, wie ich mir hab sagen lassen, eine neue Synchronstimme, ne, okay, und, ähm, ihr Sohn, äh, ihr Sohn Ivan soll, äh, oder spielt Eishockey auch bei den Ducks, bei den Mighty Ducks, aber wird aus dem Kader gestrichen, weil, ja, weil zu langsam, zu schlecht und was weiß ich was und dann, ähm, wird er relativ unsanft da rausgeworfen mit, ja, gib dir keine Mühe, du bist zu schlecht, gib dir keine Mühe, als Motto fürs Leben und, äh, daraufhin beschließt eben Alex, also seine Mutter beschließt daraufhin, okay, äh, dann gründen wir halt für meinen Sohn ein eigenes Team zusammen mit dem Nachbarsjungen, der einen Podcast macht, einen Eishockey-Podcast. Hey, Mensch. Es ist mega witzig, einfach mega, mega witzig, der Nachbarsjungen. Kann ich empfehlen, als Pausentee. Ja, super, aber, ähm, Maxwell Simpkins spielt den Nachbarjungen und es ist, es ist wirklich herrlich, also, das kann ich einem nur empfehlen, sehr viel Situationskomik, sehr, sehr viel Anlehnung natürlich an die alten Mighty Ducks Filme und natürlich Emilio Estevez darf nicht fehlen als Gordon Bombay und es kommt dann dazu, dass ein Team gegründet wird und das ist einfach einfach so großartig, es zieht nochmal ein neuer Junge in die Nachbarschaft, also sie suchen das Team zusammen und es zieht ein neuer Junge in die Nachbarschaft und der hat 900 Euro, äh, 900 Dollar teure Schlittschuhe gleich mal dabei und total ausgerüstet mit dem Stuff von den Toronto Maple Leafs nur, also mega, alle denken so, okay, der hat es richtig drauf, ja, der Kerl kann nicht Schlittschuh laufen, der sieht nur gut aus und den Goalie, den sie holen, also den Torhüter, den sie holen, äh, das ist einfach auch eine mega witzige Sache, wie sie bei dem dann im Keller stehen und so, ich kann es echt, ich hätte es nicht gedacht, also es ist, es ist super vorhersehbar, ja, es ist wirklich super vorhersehbar, aber es ist richtig herrlich, es hat jetzt schon den Flair von, äh, von, von wirklich den, den Mighty Ducks Filmen und hat es schon sehr gut aufgegriffen, dass das Ganze natürlich allzu okay ist, ist natürlich, ja, over the top, mega gut, dass Gordon Bombay wieder dabei ist, auch natürlich richtig gut, ich kann es wirklich mal nur empfehlen, jeden da rein zu gucken, also die erste Folge, mir hat sie richtig Spaß gemacht, weil, ja, weil es einfach, es ist total vorhersehbar, du weißt ganz genau, was passieren wird und, die machen das allerdings genau auf den Punkt auch, dass das dann passiert und das ist okay, in dem Fall, weil, ähm, dann auch nicht so die mega Erwartungen einfach in den Himmel geschürt werden, sondern es ist einfach nur, hey, ich möchte nochmal was über die Mighty Ducks sehen, irgendeine Weitererzählung auch und, die scheint man hier bei der Serie komplett zu bekommen, also Erik, ich kann es dir wirklich, und allen anderen nur ans Herz legen, die erste Folge da rein zu schauen. Das klingt ja nach einer besseren Umsetzung der alten Filme in die heutige Zeit als Serie. Ein Stück weit auf jeden Fall. Gegenüber High Fidelity, aber gut, ja, puh, naja. Guck rein, guck einfach rein. Guck ich auch mal rein. Du wirst sehr, sehr viel Situationscomic einfach haben und dir denken, das klingt ja kindgerecht, das kann ich mal rumgucken. Das ist super kindgerecht, das ist wirklich super. Der kleine mitgucken, ja. Super, ähm, dann werfen wir hier den Spoiler-Dings rein hier. Achtung, Spoiler-Warnung. Falcon and Winter Soldier, Folge 2 der ersten Staffel. Was ist da so lustig? Bist du jetzt angekommen in der Serie? Ähm, ehrlich gesagt, erst am Ende. Als, ähm, wir sind ja im Spoiler-Talk. Ich glaube, das war Daniel Brühl, der da zu sehen ist. Den man ja auch kennt aus dem Film da, der da auch schon mal den Bösewicht da gespielt hatte. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt der große Bösewicht sein wird für diese Serie. Nein, 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 nein. Oder ob da, oder ob sie den, den wollen sie ja nicht. Also Zemo wird, Zemo spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber ist nicht der Bösewicht. Mhm. Aber ich fand's, weil sie gehen ja hin, um ihn zu befragen. Ich fand's gut, dass sie ihn auch Daniel Brühl, also ich hab extra mal die Helligkeit ein bisschen hochgedreht, weil das war ja irgendwie ein bisschen kaum, kaum zu erkennen, da wir da in dem Schmuse-Bubu-Licht da, äh, zu sehen war. Schmuse-Bubu-Licht. Ähm, und da hab ich gedacht, ey, haben sie den jetzt wieder genommen? Hier ist das jetzt Daniel Brühl oder so und, ähm, dann, ich glaube, ihn erkannt zu haben, sagen wir so, weil es war ja auch die, die Siegessäule zu sehen, also Berlin und, ähm, dann, ja. Fun Fact, der kommt auch im Abspann, wurde er genannt. Ah, okay, ja, der Abspann ist ja ein bisschen seltsam immer bei Disney Plus. Ja, der Abspann, nee, der Abspann ist sensationell. Ja? Ja, du hast mich nicht richtig drauf geachtet dann, wenn du das noch nicht weißt. Bei mir wird dann immer das Fenster klein und da läuft der Abspann in so einem kleinen Fenster oder so. Ja, nee, dann guck dir mal den Abspann in groß an. Okay. Der ist nämlich, ich find den wirklich sensationell, weil es werden nur die Leute, also manche, manche haben ein Bildchen, aber es werden nur die auch, ähm, mit, mit einem Namen versehen, die auch schon mitgespielt haben und es sind noch mehrere Bildchen dabei, die noch, wo der Name noch nicht dran ist. Okay. Und das find ich super, das find ich richtig, richtig gut, das gefällt mir. Wunderbar gemacht. Ist mir gar nicht so. das ist wirklich gut. Ja, ja, das sind so Kleinigkeiten und, äh, insgesamt die zweite Folge, denke ich, entwickelt so die Chemie zwischen Falcom und Bucky. Ähm, es gibt ganz arg viele Probleme da mit dem neuen Captain America, der nicht ganz koscher zu sein scheint, wenn man das so am Ende auch nicht sich so anschaut und, äh, und was ich auch sehr, sehr krass fand, war, äh, das Thema Rassismus, was sie behandelt haben. Oh ja, da mit den Polizisten, die dann so gesagt haben, hier, zeig mal deinen Ausweis und so, ja, haben sie da Stress, hä, belästigt sie der Mann, hat er was geniebt? Nein, ist alles gut. Ja, aber der hat doch, nein, der hat, oh, ich hab sie gar nicht erkannt und, ey, das fand ich mega umgesetzt, das fand ich mal richtig, das fand ich wirklich auf den Punkt, weil, äh, für mich wirkt er das so, wie als ob es, eins seins aus der Realität nehmen kannst, wie es eben in den USA oder halt auch Teilen Deutschlands bestimmt auch ist. Ist dir das aufgefallen? dass es, so ein paar Frames später, ähm, gab es so einen Shot, wo, ähm, hier Dings hier, äh, Falken im Vordergrund zu sehen war und im Hintergrund hast du ein Poster gesehen, da stand drauf, Stop the Violence oder sowas. Ja, 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 also da die Botschaften da drin schon und nochmal, ich, ich möchte hier nicht alle Polizisten oder irgendwas über einen Kampf stellen, um Gottes Willen, ich kenne genügend Polizisten, die einen absoluten, ehrhaften Job haben, ich möchte den Job als Polizist oder auch, auch machen, ich möchte den Job gar nicht haben. Du bist der letzte Trottel. Ich habe das hier schon miterlebt, wie bei, als es noch das Sonnwendfeuer hier bei uns in, in Stammheim gab, äh, gibt es jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr, weil es auch immer wieder Ausschreitungen gab mit Jugendlichen und allem, da standen die Polizisten da und die konnten denen teilweise einfach den Polizisten, ähm, die Mütze vom Kopf schlagen und die Polizei durfte nichts wirklich machen. Und das sind so Sachen, wo du denkst, ey, Fest, wo ihr immer mit diesen weißen Kapuzen da und so? Ja, wo wir die Kreuze anzünden, klar, da gucken wir auch immer rum und, ähm, mangels, mangels, äh, mangels, mangels, äh, äh, schwarzen, äh, fangen wir Aussis, ist ja klar. Ach so, natürlich. Was ist das denn hier? Oh, warte. Nein, da wurde, da wurde die, die, die Dingsen umge, äh, Ja, ich meine, da ist halt schon, Sommer begrüßt. Ich habe mal so eine Dokumentation gesehen, da waren, äh, so Cops aus den USA zu Gast hier bei uns und umgekehrt, ne, und da haben die halt auch gesagt, hey, was, ihr macht da nichts, ne, also da waren teilweise so, so ein Anpöbeleien, die hätten in den USA knallhart Handschellen, jetzt komm erst mal mit hier, so. Und, ähm, tja, ist halt die Frage, ist wahrscheinlich, beide Extreme sind, ähm, nicht so gut, äh, man muss halt einen guten Mittelweg finden und, naja gut, aber kommen wir vielleicht erst mal zur, zur Folge, ähm, also, wie geht's eigentlich los, ähm, war das das mit diesen Medizin, äh, wo die, diese Medizin irgendwo, diese, diese Vaccines da irgendwo, ja, also diese Rebellengruppe oder was das ist, ja, ja, die, mit der Geißel und allem, was sich dann auch anders entpuppt und. Genau, also unsere, bei, unsere Helden hier, Buggy Barnes und Falcon, die, ähm, wollen einen, ja, einen, einen, einen Umschlagring, einen Logistikring, ähm, hochnehmen, die irgendwelche Impfstoffe, ja, abzweigen und irgendwo hinbringen, was sie auch noch nicht so genau wissen. und sie begeben sich dann dorthin, sind viele Buddy, Buddy Talks hier, zwischen den beiden, auf dem Weg dahin und es geht alles ein bisschen schief und als sie dann, ähm, in, in Deutschland, in der Nähe von München, auf einer Autobahn, irgendwo, man sieht, gräfisches, die Dingsen, also MK, die Autos, ne, so gut. Aber das eine Auto hat tschechisches Kennzeichen, da, wo sie mal ganz kurz draufgeschnitten haben, ja, haben sie schon mit Tschechen. Okay, aber eins hat auf jeden Fall ein Deutsches. Ja, ähm, das geht ein bisschen schief dann und so und wir sehen auch, ja, das sind irgendwelche Supersoldaten, die dann irgendwie ganz schön was können und, ähm, da werden sie ganz schön vermöbelt, unsere zwei und dann kommt, äh, zum Glück, Captain America und, wie hieß er, der andere, der zweite, der hatte auch so einen coolen Namen, äh, 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 ähm, da hat es sich da auch irgendeinen Namen gegeben. Jedenfalls die, die zwei kommen dann irgendwie denen zu Hilfe und, aber irgendwie klappt's doch nicht, äh, Battlestar, genau, Battlestar. Und, die zwei kommen denen dann zu Hilfe, aber sie können den Transport nicht stoppen, sondern sie hängen dann, sitzen dann alle irgendwo zusammen im Auto und müssen sich irgendwie mal unterhalten und kommen aber nicht so recht auf einen gemeinsamen Nenner und dann müssen noch unsere zwei, also Falcon und, ähm, Bucky Barnes, die müssen dann noch zu einer Psychiaterin irgendwie ihr Gespräch machen, weil, äh, Bucky Barnes wird auch irgendwie verhaftet, der ist irgendwie ein Haftbefehl aus, ausständig, ausstehend und, ähm, der kommt dann nur raus. Ja, weil das nicht zu seiner Therapiesitzung war. Kommt dann nur raus, wenn er da mal hingeht und dann macht er das halt gleich und dann müssen die hin und es ist wie so Paartherapie, müssen sie sich mal so in die Augen gucken und sowas und irgendwie ganz ein bisschen lustig und so. Ähm, Ja, und dann kommen sie irgendwie drauf, dass sie mal mit, mit Simo reden wollen und, äh, sieht man am Schluss halt die große Enthüllung, was wir am Anfang schon erwähnt hatten, dass dann Daniel Brühl wohl wieder mit auf der Matte steht. Ja, und da fand ich es mir erst mal so, also, dieses ganze Buddy-Movie, paar, mit diesen Supra-Soldaten bekämpfe und, äh, es waren ein paar lustige Szenen drin, wie als er die Drohne kaputt macht, ja, das wollte ich schon längst machen und so, aber, äh, bis dahin hat es mich noch nicht so richtig. Erst dann irgendwie, wo, äh, wo das Daniel, wo es Daniel Brühl gezeigt hat, wo man dachte, okay, jetzt, jetzt kann ich mal sowas wie eine Story ahnen, weil bis jetzt war es immer nur so die Quest des Tages, aber, ja, mal gucken. Ja, aber das ist richtig. Es entwickelt sich, es entwickelt sich sehr, sehr spannend. Ich finde, es entwickelt sich wirklich sehr, sehr spannend, weil halt auf ganz arg viel kleine Details geachtet wird und gesagt werden und getan werden und ich bin da wirklich gespannt, wie das weitergeht. Das ist, ja, guck doch mal WandaVision an, die ersten zwei Folgen, wie alle da saßen so, was zur Hölle habe ich hier gerade angeschaut. Aber es ist ja, es ist ja schon ein Drittel rum wieder, ne, von der, es hat ja auch nur sechs Folgen. Musst du mal überlegen, ey. Ja, ist halt ein längerer Film. Mal gucken, was da noch so, Wir werden es sehen. was da noch so kommt. Mal gucken, ob irgendwas in Deutschland dann ist. Ja, wir werden es sehen. Schauen wir mal. Okay, wir werden euch dann in der nächsten Folge wieder Bericht erstatten beziehungsweise mit euch drüber sprechen. Und jetzt kommen wir mal in die Rätselecke. Rätselecke. Weil die Kate heute nicht da ist und weil eigentlich die Kate dran gewesen wäre mit einem Rätsel, haben wir uns vorher mal kurz abgesprochen, dass ich einfach mal, ich habe nämlich ein cooles Rätsel gefunden, was ein bisschen was mit Stuttgart, mit dem Ländle zu tun hat. Und das würde ich einfach mal dem Chris stellen. Also es ist jetzt nicht filmrelevant, hat nichts mit Filmen irgendwie zu tun. Aber es ist echt, wie ich finde, ein ganz cooles Rätsel. Und wie gesagt, Chris muss auch nicht irgendwie, wenn er es nicht weiß, muss er auch nicht sagen, um Gottes Willen, wie kann man das nicht wissen, sondern es ist halt dann, ja, wieder was gelernt aus der Rubrik. Also es ist, ja. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Frage formuliere. Ich frage es einfach mal so. Weißt du, was der Vulkan Tambora mit Stuttgart zu tun hat? Der Vulkan Tambora. 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 T-A-M-B-O-R-A. Ist in Indonesien. Ja, vielleicht so als, als kleinen Hinweis. Okay. Was, was der mit Stuttgart zu tun hat? Und der ist, ja, der ist im Jahr 1815, hatte der einen sehr, sehr heftigen Ausbruch. Vielleicht als, als kleine, als kleiner, Tipp. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, du darfst gerne Fragen stellen. Okay. Hat Stuttgart irgendwelche Hilfsgüter dahin geschickt? Nee, 1815, wie gesagt, ne? Also, nee, also da, ja, das hätte, glaube ich, zu lange gedauert. Äh, boah, vielleicht, also, lass uns überlegen. Ähm, Vulkanausbruch heißt Staubwolke. Staubwolke heißt kein Flugverkehr. 1800, schlag mich tot, kein Flugverkehr. Ähm, ja, 1815, 1815 war sehr viel Flugverkehr. Ist vielleicht irgendwie, äh, eine, eine Wolke von dem Vulkan bis nach Stuttgart gekommen und hat sich im Talkessel festgesetzt. Ähm, muss ich sagen, jein, also es hatte natürlich was mit dem, es hatte natürlich was mit dem Auswurf an sich zu tun, ja. Okay. Also, das war wirklich ein wahnsinniger, äh, Vulkanausbruch. 1815. Es starben dort in der Umgebung da unten 48.000 Menschen direkt und etliche indirekt dann hinterher. Aber was hat das mit Stuttgart zu tun? Es hat wirklich eine, eine direkte Verbindung nach Stuttgart. Also. Eine direkte Verbindung nach Stuttgart. Ja, ja, es hat, es hat, also die, das, der Event selbst. War ein Stuttgarter dafür verantwortlich, dass das Ding ausgebrochen ist? Nee, das nicht, das nicht. Es hat sogar, ich sag mal so, ich geb dir mal noch einen kleinen Hinweis, ähm, weil wenn man alleine rät, ist es ja immer schwieriger, als wenn jemand anders vielleicht mal noch in eine andere Richtung denkt. Es hat sogar eine direkte Verbindung nach Cannstatt. Cannstatt. Ja, also. Nach Cannstatt, nicht nach Bad Cannstatt, weil du das Cannstatt zu Bad getont hast. Ja, also Cannstatt, Bad Cannstatt. Damals war es, glaube ich, noch kein Bad. Deswegen 1815, 16. Bäh. In Cannstatt. Puh. Wofür ist Cannstatt bekannt? Fußball. Yay, sehr gut. und weit abgeschlagen auf den weiteren Plätzen. Halsschlag. Hä? Halsschlag. Kennst du, ey, wenn du weißt, wo Halsschlag ist, weißt du, wo Halsschlag ist. Ja, ey, ich meine jetzt, durch welche Events oder irgendwas ist denn Cannstatt? Volksfest. Vielleicht ist das Volksfest ausgefallen. Äh, nein. Aber, ich löse mal auf. Pass auf. Ja, bitte. Das hatte wirklich eine riesige Staubwolke in die Welt geblasen. Das hatte zur Folge, dass der folgende Sommer war der kälteste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Es wird auch genannt als das Jahr ohne Sommer. Okay. Es hatte zur Folge, dass zahlreiche europäische Staaten Ernteausfälle, Hungersnöte und Wirtschaftskrisen erlebten sondersgleichen. In der Schweiz wurde Notstand ausgerufen. So. Und jetzt kommt's. Im Königreich Baden-Württemberg, das von der Katastrophe besonders schwer... Königreich Württemberg. Königreich Württemberg, ja. Das von der Katastrophe besonders schwer getroffen wurde, stifteten der junge König Wilhelm I. und seine Frau Katharina das landwirtschaftliche Fest zu Cannstatt, aus dem das heutige Cannstatter Volksfest entstand. Und eine landwirtschaftliche Unterrichtsanstalt, aus der die Universität Hohenheim hervorging. Oh, okay. So. Das siehst du mal. Siehst du mal. Terra X bildet, sag ich nur. Weil ich hab gedacht, boah, das wusste ich nicht. Hab ich nachgeguckt? Es stimmt tatsächlich. Steht, also ich hab jetzt Wikipedia grad vorgelesen. Ähm, also es war wirklich ein wahnsinniger Vulkanausbruch, der da unten in der ganzen Region zu wahnsinnigen Hungersnöten geführt hat. Sehr viele Seuchen. Es wird auch, ähm, es gibt auch eine direkte, direkte Verbindung zu den Pestausbrüchen in Europa zu der Zeit, weil natürlich durch die, durch die mangelhafte Hygiene, durch die schlechte Nahrungsmittelversorgung die Leute irgendwelches Zeug gefressen haben, was sie irgendwo gefunden haben. Also, was wirklich am Ende der Welt passiert, hat Einfluss. Und auch in der Kunst und Kultur hat das Einfluss. Nämlich, hier steht zum Beispiel, ähm, hier, nach dem Vulkanausbruch waren die Sonnenuntergänge des Biedermeier in Europa von nie dagewesener Pracht in allen Schattierungen von Rot, Orange und Violett, gelegentlich auch in Blau- und Grüntönen. Diese grandiosen Abendstimmungen inspirierten viele Maler. Also, wenn du da ein Bild aus der Zeit siehst, wo du denkst, boah, Sonnenuntergang gibt es ja überhaupt nicht. Das liegt daran, dass da so viel Staub in der Atmosphäre war. Okay. Krass. Hier steht auch, wieder was gelernt. Der Ausbruch könnte auch eine Ursache für die Niederlage Napoleons bei der Schlacht von Bartholow gewesen sein. Durch eine Änderung der Atmosphäre war das Wetter in Europa in den Monaten nach dem Ausbruch sehr regenreich. Dies führte dazu, dass die französischen Truppen auf schlammigen Wegen und Straßen deutlich langsamer vorwärts kamen als gewöhnlich. Sehr interessant. Also, das Cannstatter Volksfest, unser schönes Volksfest, was leider jetzt eine Weile nicht stattfinden konnte wegen Corona, was auch viel besser ist als irgendwie diese Konkurrenzveranstaltungen da drüben bei den Bazis, geht direkt auf diesen Vulkanausbruch zurück und auf die darauf folgenden Hungersnöte hier in Europa. Krass. Verrückt. Habe ich nicht gewusst. Kannst du auch ruhig mal, ich bin ja hier nur neigeschmeckter, aber kannst du bestimmt mal irgendwelche anderen Urschwaben mal fragen, ob die das wissen. Klar. Bist du eigentlich wie das Anstatter Volksfest? Mal ein Zeitzeugen befragen oder so. Genau. 1815. Genau. Super. Ja, Kate ist trotzdem das nächste Mal dran mit einem Rätsel und genau, vielleicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht habt ihr coole Fakten zum Schwabenländle, dann schickt es mir auch mal. Ich bin da gerade immer dabei, alles aufzusaugen hier. Ich muss mich ja irgendwie hier reinfinden. So. Cool. Dann sind wir ja schon bei der Musik hier. Musiker, da ist Musiker. Musik. Als wir den Film Yes Day geguckt haben, habe ich gedacht, naja, wo die Kinder so das Haus geradet haben, habe ich gedacht, ja, Sabotage von Beastie Boys passt da sehr gut. Dann gucke ich High Fidelity Serie, hat die junge Dame nicht in den ersten Folgen ständig ein Beastie Boys Shirt an. Okay, dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Zeichen, ich lasse es drinstehen. Beastie Boys, Sabotage von mir. Das war damals übrigens beim Hochschulradio mein Ersatzsong, wenn der PC ausgefallen ist. Horatz.fm. Gibt es nur jetzt noch, gibt es sogar im Digitalradio, habe ich jetzt gesehen bei mir. Klar, klar gibt es immer noch. Nee, aber sogar im Digitalradio, wo ja eigentlich nicht so viele. Geht ja mit der Zeit. Läuft. Ich habe mich für einen Song entschieden, der am Freitag rauskam. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gehört hast, Erik. Nee, sag mir nichts, was ist das? Sag dir, okay, Danger Dan und das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Danger Dan von der Antilopen Gang. Ach so, die kenne ich, ja. Ja, die kenne ich. Und ich finde es einer der stärksten Songs, die ich dieses Jahr bisher gehört habe. Oh, na dann. Also, würde ich dir sehr empfehlen. Den gibt es auf Spotify, ja. Es gibt auch bald ein Album von Danger Dan, das unerwartete Klavieralbum. Auf jeden Fall coole Titel insgesamt. Ja, aber das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist puh. Hinten raus ein bisschen, wo ich sage, ja okay, vielleicht ein bisschen krass hinten raus. Im Gesamtding allerdings ein absolut deutliches Statement. Klingt gut, weil ich mir nachher mal reinziehen kann. Anhören, unbedingt anhören. Wenn ich es auf unsere Playlist packe, die da heißt Kinocast Songs auf Spotify, die solltet ihr abonnieren, dann habt ihr die alle, die Songs, kostenfrei. Einfach so. Mega gut. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz, ob wir irgendwelche Kommentare hatten, außerdem mit dem Hinweis auf Jesus Rolls, ja, kann ja sein, ah nee, mittlerweile. Eure Seite ist übrigens kaputt. Was? Wir haben ja die letzte Episode 658 quasi am Mittwoch oder Donnerstag veröffentlicht, da ist jetzt noch nicht so viel da. Da hat man ja Songbird und solche Sachen. Okay, dann ran an die Tasten, lasst einen Kommentar da, sagt mir, ob ihr irgendwie die Seite bei euch ordentlich läuft oder ob es irgendwo Probleme gibt. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Bis bald im Kinocast. Ich,